Wenn wir bei Heine Optotechnik Instrumente entwickeln, verbessern und produzieren, dann denken wir zuerst an die vielen tausend Ärzte weltweit, die unsere Instrumente jeden Tag anwenden. Und wir denken an die Millionen von Menschen weltweit, die mit unseren Instrumenten untersucht werden, die Patienten. Wir denken daran, dass eine gute Diagnose so präzise wie möglich sein muss, damit Krankheiten möglichst früh entdeckt werden. Wir denken an die Zukunft von Millionen von Menschen und wir denken darüber nach, wie diese Zukunft eine gesunde Zukunft sein kann. Deshalb bauen wir die besten Instrumente, die wir bauen können. Seit über 75 Jahren. Heine. Quality made in Germany.